Wenn du ein Handwerk machst, dann tust du was, was bleibt. Mit deinen eigenen Händen schaffst du Stück für Stück was Großes. Ein Handwerker haut drauf, muss dabei auch scharf nachdenken. Die Talente sind sehr vielfältig. Sicher dafür musst du schon anpacken, schwitzen und auch mal an deine Grenzen gehen. Aber du traust dich was, was sich andere vielleicht nicht so trauen. Du und deine Partie, ihr habt Aussicht, die andere nicht haben, wenn sie am Ende vom Tag ihr Werk betrachten. Unsere Burschen und Mädchen wissen, von wo ich rede. Die waren dabei bei die Bervan Experience Days.